Der ostdeutsche Wähler ist dumm. Solche Aussagen haben wir in der letzten Zeit häufiger gesehen. Dass das absoluter Schwachsinn ist, besprechen wir in diesem Video. Und wir gucken auch mal. Komischerweise berichtet keine oder kaum eine Zeitung noch darüber, dass Professor Dr. Mario Vogt einen Plagiatskandal am Laufen hat, der nicht krasser sein könnte. Mit 140 Plagiatsfragmenten wird nämlich gegen ihn jetzt quasi hier überprüft, ob seine Arbeit ein Plagiat war oder nicht. Und das ganz kurz vor den Wahlen in Thüringen und in Sachsen. Und wir geben auch mal hier eine Vorhersage ab, wie es denn sein könnte im Wahlergebnis. Und damit meinsam, ich bin Olli für kritischen Content. Genau richtig, lass jetzt gerne ein Abo da. Erste Nachricht. Wir wissen ja um die Situation, dass immer und immer wieder draufgehauen wird, die Ossis sind ja blöd, die verstehen ja Demokratie nicht, die kennen sich ja nicht aus und das sind die ewig Gestrige und so weiter und so fort. Und nur deswegen, weil die so unzufrieden sind, weil die Revoluzzer sind, wollen die die AfD. Ich sehe das anders. Ich lese sehr, sehr viele Kommentare von euch. Ich kann nicht auf alle Antworten bei dieser Menge, aber ich schätze jeden einzelnen Kommentar. Vielen Dank dafür. Auch so ein Däumchen nach oben weiß ich sehr zu schätzen. Und ich habe da viel von euch gelernt. Erstens das Preppen beispielsweise, war ganz gut am Kanal. Aber gerade bei den Ossis, wenn ich das ohne despektierlich zu meinen so sagen darf, bei den Ossis habe ich festgestellt, dass die Regime kritischer sind. Sie sind viel kritischer und haben einen Sensor, einen Radar, wie auch immer man es nennen möchte, und realisieren viel schneller, wenn hier etwas schief läuft. Wenn gerade demokratisch etwas eben schief läuft, also nicht mehr demokratisch ist. Wenn man das Ganze wirklich rein rational betrachtet, die Intelligenz der Ostdeutschen ist, wenn man sich das hier anguckt, beispielsweise Sachsen, steht im Bildungsranking bundesweit auf Platz 1. Thüringen folgt auf Platz 4. Also sehen wir doch, dass gerade diese Länder eine deutlich höhere schulische Bildung haben, als manche andere hier beispielsweise in NLW oder in anderen Bundesländern. Das muss man doch wirklich so klipp und klar anerkennen. Das sagt ja der INSM-Bildungsmonitor ganz eindeutig. Habe ich schon häufiger darüber berichtet. Und auch bei einer PISA-Studie sehen wir das, wie gut die Ostdeutschen gebildet sind und dort abschneiden. Hier, guckt euch das an. Sachsen Platz 1, Bayern Platz 2, Thüringen hier sogar schon auf Platz 3 beim neuen Bildungsmonitor. Auf Platz 4 Hamburg, Brandenburg, sorry, Baden-Württemberg, Saarland, Niedersachsen, Hessen, Schleswig-Holstein, Rheinland-Pfalz und so weiter und so fort. Also von daher sollten vielleicht die Leute, die solche blöden, schwachsinnigen Unterstellungen sagen, mal den Mund halten und sich solche Daten und Informationen angucken, oder? Und wo wir gerade bei der Thematik um verschiedene Kandidaten in Thüringen sind. Guckt euch das hier mal an. Telepolis, danke für den Hinweisgeber, wurde mir zugeschickt, weil man über den Fall fast nichts mehr liest. Wahl in Thüringen. Neue Plagiatsvorwürfe gegen CDU-Spitzenkandidat Mario Vogt. Habt ihr das mitbekommen? Habt ihr davon etwas gehört? Wenig bis gar nichts bekommt man davon mit. Wenn man gezielt googelt, findet man vielleicht irgendwo eine Unterkategorie der Unterkategorie der Unterkategorie eine Nachricht darüber. Aber solche Vorwürfe sind so stark hier. Plagiatsjäger Stefan Weber legt nach. Über 200 angemahnte Plagiate. Theo Chemnitz überprüft die Dissertation. CDU spricht von Verleumdung, heißt es hier am 29. August, also ganz kurz vor den Wahlen. Und dann heißt es hier, zack, laut Weber und seinem Team sollen in Vogts Dissertation, also der Doktorarbeit, sowie in weiteren Publikationen zahlreiche Plagiate zu finden sein. Stefan Weber, bekannt als Plagiatsgutachter, dokumentiert auf seinem Blog 140 Plagiatsfragmente in der Buchfassung von Vogts Dissertation. Der Titel der Dissertation lautet und so weiter und so fort. Da hatten wir auch schon mal drüber gesprochen. Also wirklich, guckt euch das mal an. Hier sind einige Seiten, wo halt nichts ist, aber überall hier in dem Bereich, bam, 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 einiges. Das ist halt schon sehr, sehr krass. Und die Vorwürfe, die er hier erhebt, sind wirklich heftig. Zitat, wie der Thüringer CDU-Spitzenkandidat Professor Dr. Vogt über 15 Jahre hinweg immer wieder seine Leser täuschte. Wisst ihr, Leute? Stellt euch mal vor, so was wäre beim Björn Höcke als ausgebildeten Lehrer. Man würde jetzt hier sagen, Examen und sonst was, da wurde betrogen, das stimmt nicht, das haut nicht hin. Da ist jetzt ein Zeuge, der hat ja bei dem abgeschrieben und sonst irgendwie was in der Richtung, alles Mögliche. Das ist sehr, sehr krass, dass wir sehen, dass hier ungleich berichtet wird. Nämlich fast gar nicht. Das ist wirklich ein riesengroßer Skandal, wie ich persönlich finde. Jetzt gucken wir uns nochmal die aktuellsten Wahlumfragen an für Thüringen und danach auch für Sachsen. Und ich bin mal gespannt, was ihr in den Kommentaren sagen werdet. Also ich denke in Thüringen. In Thüringen ist es 100% eindeutig, dass die AfD die stärkste Partei werden wird. Da müsste jetzt wirklich ganz, ganz, ganz viel passieren, damit das nicht der Fall ist. Gehe ich nicht von aus, weil wir seit Monaten diese Straighten-Umfrageergebnisse sehen. Egal welches Institut es ist, überall AfD definitiv am Dominieren. Gehe ich auch von aus. Die Frage wird sein, wird sie 30% knacken, ja oder nein? Ich kann mir vorstellen, ja. Und wenn die AfD die 30% knackt und, das gehört dazu, wenn die Grünen unter 5% sind, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass hier nicht 29 Sitze steht, sondern 30 Sitze. Und das ist wichtig, ich habe darüber auch ein Video gemacht, dass die sogenannte Sperrminorität, sprich die Eindrittelmehrheit, bei der AfD liegt. So wiederum, dass die Zweidrittelmehrheit der anderen Parteien nicht erreicht wird. Und so kann die AfD Abstimmungen verhindern. Ganz so demokratisch, wie das das Gesetz vorsieht. CDU, hier mit 22%, kann ich mir auch so gut vorstellen. Beim BSW bin ich skeptisch. Da könnte ich mir beides vorstellen. Einmal ein Wert, der deutlich über die 18% geht, aber auch da drunter. Weil einige sagen werden, ach nee, ich wählse doch nicht. Oder, ja doch, komm, geben wir dem mal eine Chance, der Wagenknecht, die ist ja gut, die macht das schon. Bei der Linken sieht die Situation ganz spannend aus, wie ich finde. Denn wir haben hier Bodo Ramelow, der auf seinen Plakaten ja noch nicht mal seine Partei draufstehen hat. Er gilt aber als der beliebteste Politiker in Thüringen und als beliebtester möglicher Kandidat für eine neue Ministerpräsidentenkandidatschaft. Ja, lassen wir einfach mal so stehen. Dementsprechend, die Partei hat ja schon massiv verloren. Wenn man sich das hier anguckt, von 31% auf 13% runter, das ist eine Verteilung zu der BSW. Das ist halt einfach der Punkt. Und das ist erschreckend. Ich muss es ganz ehrlich sagen. Ob du jetzt BSW wählst oder Linke, das ist das Gleiche. Wir wissen um die ehemaligen Stasi-Mitarbeiter-Vorwürfe, gerade beim BSW. Guck dir das Video an, wenn du es noch gar nicht gesehen hast. Bei der SPD könnte noch eine knappe Kiste werden. Wäre schön zu sehen, wenn sie rausfliegt. Wird knapp drin sein. Grüne fliegen raus, davon gehe ich aus. Und ja, auch Kemmerich mit seiner FDP. So wie es, wann war das? Im Januar diesen Jahres, glaube ich, als ich mit ihm telefoniert hatte, ihm auch gesagt habe, sie werden nicht mehr im Landtag sitzen. Das wird nicht werden. Und er ging ja noch davon aus, dass die FDP, wie viel waren es? 9 oder 10% erzielen würde. Hat er wirklich gesagt. Okay, Sachsen. Sachsen, sehen wir hier. CDU und AfD Kopf an Kopf rennen. Wird eine ganz knappe Kiste. Ich gehe davon aus, dass die CDU hauchdünn. Hauchdünn wird sie gewinnen. Gehe ich tatsächlich davon aus. Könnt ihr mal eure Meinung in die Kommentare reinschreiben. Mal gucken, ob ich eines Besseren belehrt werde. Wir sehen die AfD hier bei 30,6%. BSB 13,2%. SPD 6%. Grüne 5,6%. Hier wäre es natürlich ganz schön anzusehen und spannend, wenn die Grünen nicht über die 5%-Hürde kommen werden. Bei der SPD genauso. Ist aber ein bisschen zu weit davon entfernt. Ich bin mal sehr, sehr gespannt darauf. Werteunion, falls das jemanden noch interessieren sollte, weil sie ja auch irgendwie in einer potenziell, könnten sie sich vorstellen, dass die Werteunion zu wählen irgendwie 5% erzielt haben. Absoluter Quatsch. Werden sie nicht erreichen. Sinnvoll wäre es, wenn der Dr. Hans-Georg Maaßen hingehen würde. Würde es machen, wie in den USA Robert F. Kennedy es gemacht hat und hat seine Präsidentschaft zurückgezogen, seine Wahl, also seine Möglichkeit da anzutreten und sich mit Trump verbunden hat. Wenn so etwas von der Werteunion passieren würde und man würde sich klar für die AfD aussprechen, fände ich persönlich sehr, sehr spannend. Weil dann würde man vielleicht ein Prozent, 1,5% sowas in dem Bereich verorte ich, wenn überhaupt die 1% erzielen werden, die Werteunion. Ja, mal gucken. Ich halte euch im Laufenden. Jetzt gehen wir nicht raus. Danke fürs Zuschauen. Abo nicht vergessen. Bis zum nächsten. Und ciao.